der Favorit ist das heißt die beiden treffen erstmals Unglaublich 9 in Yokohama hat sie immerhin Platz 5 erreicht und damals war sie 15 Jahre alt 2011 war sie Junioren-Weltmeisterin Lietermann Chinesinnen eigentlich ganz gerne Wahnsinn es wurde also der unbedankte vierte Platz bei Olympia aber sie wird noch eine Einzelmedaille bei den anderen Apropos Li Canping, weil ich die vorher angesprochen habe Sie und Werner Schlager haben ja für die Ostführendopen abgesagt Werner Schlager hier in Österreich Wahnsinn! Wahnsinn! Und das bei einem Satzball in so einer heiklen Phase einer Partie auch noch. Unglaublich. 2 zu 1, 14 Sätzen, Kasumi Shikawa, 8 zu 11. Sensationell. So, jetzt. Das Halbfinales der Olympischen Spiele in London. Unglaublich. Und dann ist sie durch, dann steht sie im Halbfinale. 40 Mal pro Sekunde um die eigene Achse. Das ergibt hochgerechnet 3000 Umdrehungen pro Minute. Einfach perfekt. Schauen Sie sich das an. Die Japanerin unter Druck, glaubt man aber nur. Schaut so einfach aus. Vinklar sein. Stop! 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 Satzball oder Matchball Matchball So und jetzt Na zu lang diese Gratulation an Kasumi Ishikawa 4 zu 1 schlägt sie Yuling